Gude Südhessen wird präsentiert von odenwaldmobil.de, dem Mobilitätsportal für den Odenwaldkreis. Immer mobil, sieben Tage die Woche, zu fast jeder Uhrzeit. Alles Wichtige auf odenwaldmobil.de. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. September. Droht in Darmstadt ein Kinderarztmangel? Darmstädter wegen sexuellen Kindesmissbrauchs angeklagt und Busfahrer aus der gesamten Region an die nahe gelockt. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Arztpraxen, die krankheitsbedingt schließen müssen, ein Mangel an medizinischen Fachangestellten, Preissteigerungen und Inflation, niedergelassene Ärzte der ambulanten Grundversorgung, also Haus- und Kinderärzte, haben derzeit viele Sorgen. Kinderarzt Dr. Matthias Hachmann warnt, wenn das Honorar nicht angehoben wird, müssten womöglich weitere Praxen schließen. Hachmann, der seine Praxis in Bessungen betreibt, findet, dass die Politik den eklatanten Mangel an medizinischen Fachangestellten ignoriere. Wie der HR berichtete, seien in Hessen noch 660 Ausbildungsstellen unbesetzt. Ein Problem sei das geringe Tarifgehalt bei all den Anforderungen. Hinzu kommt, dass der Krankenstand beim Personal noch nie so hoch gewesen sei wie in den vergangenen drei Jahren. Manche Praxis hätte deswegen schließen müssen, erzählt er. Andere Auswirkungen seien kürzere Öffnungszeiten, längere Wartezeiten auf Termine und an der Anmeldung. Ein weiteres Problem, die Digitalisierung. Dafür müssten die Ärzte neue Geräte anschaffen, die dann aber nicht funktionieren, wenig später gäbe es neue Geräte. Das kostet Geld, das verpufft, so Hachmann. Auch die allgemeinen Kostensteigerungen machen den Ärzten der Grundversorgung Probleme. Ein Mann hält das Gesicht einer Schülerin fest, versucht sie gegen ihren Willen zu küssen und zieht ihr dann auch das Hemd aus. Das ist einer der über ein Dutzend Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen einen 62 Jahre alten Darmstädter, der seit Montag wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Darmstädter Landgericht steht. Der Angeklagte beruft sich auf sein Recht, nicht zu den Vorwürfen in der Anklageschrift zu sagen. Insgesamt 16 Fälle, die zwischen November 1998 und Dezember 2005 stattgefunden haben sollen, hat Oberstaatsanwalt Wolfgang Sattler angeklagt. Alle Taten soll der Angeklagte, der aus Pakistan stammt, an drei Kindern, einen Jungen und zwei Mädchen, begangen haben. Die mutmaßlich Geschädigten sind 1988, 1992 und 1994 geboren. Bei den genannten Tatzeitpunkten waren sie oft unter 14 Jahre alt. Der Angeklagte brachte alle Geschädigten dazu, dass sie ihren Eltern nichts erzählen, sagt Sattler. Der nächste Verhandlungstag ist am 19. September. Im umkämpften Busfahrerpersonalmarkt gibt es einen neuen großen Namen, die kommunale KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH in Bad Kreuznach hat 200 neue Mitarbeiter eingestellt, aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet. Der Kommunale Verkehrsverbund soll ab dem 17. Oktober als Mobilitätsdienstleister innerhalb des Rhein-Nahe Verkehrsverbundes unterwegs sein, um den Busverkehr für die Stadt Bad Kreuznach und die Landkreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach zu stellen. Gegründet wurde er im Juli 2021. Der größte Teil der neuen Fahrer komme aus der Region und habe zuvor bei verschiedenen anderen Busunternehmen gearbeitet. Rund 20 Fahrer seien aus dem Ausland rekrutiert worden. In ähnlicher Größenordnung erfolgten Einstellungen von Bus-Fahranfängern, die direkt nach dem Erwerb ihres Führerscheins eingestellt wurden, heißt es von der KRN. Eine geringe Anzahl komme aus anderen Städten und Landkreisen deutschlandweit. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Mainzer Mobilität sowie 24 weitere vom Wiesbadener SW seien nun beim KRN. Doch generell sei die hohe Fluktuation der Angestellten ein Problem. Und zum Schluss noch die gute Nachricht zuerst. Die Gasspeicher haben sich in den vergangenen Monaten viel schneller gefüllt als erwartet. Ist damit die Gasversorgung für den Winter gesichert? Leider nein. Die Gefahr einer Gasmangellage ist weiterhin real. Die Folge wären Zwangsabschaltungen von Betrieben und schlimmstenfalls Versorgungsausfälle für alle. Für Montagmittag meldet die Bundesnetzagentur einen Füllstand der Speicher von 87,95%. Damit werden die gesetzlichen Vorgaben deutlich übererfüllt. Die angestrebten 95% zum 1. November sind in Sichtweite. Die beiden Speicher in Südhessen melden aktuell 97% Füllung. Allerdings reicht die Menge des eingespeicherten Gases auch bei 100% nicht für den ganzen Winter. In den 45 Gasspeichern können maximal 23,3 Milliarden Kubikmeter gebunkert werden. Der Verbrauch lag 2021 bei rund 90 Milliarden Kubikmeter. Die Reserve reicht rechnerisch für zwei, maximal drei kalte Monate. Konzipiert sind die Speicher weniger als strategische Reserve, sondern eher als Puffer, die saisonale Schwankungen zwischen Verbrauch und Zustrom ausgleichen soll. Es muss also in jedem Fall im Winter kontinuierlich neues Gas im deutschen Netz ankommen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Flüssiggasterminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven wie geplant ab Januar betriebsbereit sind. Für den Südwesten spielt zudem ein Terminal in Belgien eine wichtige Rolle. Dass Russland seine Lieferungen wieder aufnimmt, glaubt niemand mehr. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Redaktion und Verbrauch und Verbrauch und Verbrauch und Verbrauch und Verbrauch. Redaktion und Verbrauch und Verbrauch und Verbrauch und Verbrauch.